Plaudergeist ist ein Pokémon mit dem Typ Normal und Flug und existiert seit der vierten Spielgeneration. Plaudergeist ist ein Flug-Pokémon mit einer recht bunten Färbung, so ist ein ovaler Rumpf von überwiegend grüner Farbe mit einer gelben Brustbefiederung. An seinem Hinterteil befindet sich ein schwarzer, metronomartiger Schwanz. Seine Schwingen sind blau und seine Beine gelb. Plaudergeist schwarzer Kopf verändert stark an eine Artelnote. Zudem gehört ein rötlicher, nach unten gebogener und relativ dicker Schnabel und zwei ovale Augen mit ebenso rötlichen Lidern dazu. Um seinen Hals befindet sich eine weiße, grausenartige Befiederung und in seiner Shiny-Form sind Bauch, Kopf und Schwanz Dunkelblau, während seine Schwingen rot sind, sein Schnabel, die Brustbeine und die Füße sind gelb. Da Plaudergeist flink ist, kann es schnell auf den Gegner zufliegen und dann mit Schnabel zustechen oder per Aeroas-Bilds schnell zuschlagen. Es ist dazu in der Lage mit Spiegeltrick die Attacke des Gegners exakt identisch selbst zu nutzen und es kann auch mit seiner Stimme den Gegner in den Schlaf singen. Dabei verfügt es über die Fähigkeit Adlerauge, welche den Gegner daran hindert, Plaudergeist Genauigkeit zu senken, oder Taumelschritt, welcher bewirkt, dass den Pokémon, falls es verwirrt ist, der Fluchtversuch mit höherer Wahrscheinlichkeit gelingt. Die versteckte Fähigkeit ist Brustbeater, welche den Gegner daran hindert, die Verteidigungswerte von Plaudergeist zu senken. Plaudergeist Zunge ähnelt der eines Menschen und so ist es in der Lage, die menschliche Sprache zu imitieren. Zusätzlich hat es die Begabung, die Schreie anderer Pokémon nachzuahmen und nutzt dies auch als Abwehrmechanismus. Dabei bevorzugt es Küstengebiete als Lebensraum, wie zum Beispiel die Route 222 und 224 in der Sinnoregion. Es hat keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Und es ist immun gegen Boden- und Geistattacken, nimmt halben Schaden gegen Käfer- und Pflanzenattacken, doppelten Schaden gegen Gestein, Elektron- und Eisattacken und der Rest macht normalen Schaden.